So, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Taurus Let's Play. Ich bin Friday und wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, Family Guy Online. Darum geht es hier bei diesem Let's Play. Und ich muss sagen, für mich wird ein Traum wahr. Ja, das ist magisch. Ich meine, Family Guy als Spiel. Noch dazu online mit anderen Leuten. Wow. Okay, es ist im Moment leider noch die Beta, aber ich bin zuversichtlich, dass das hier sehr schön werden wird. So. Ja, wir sind jetzt hier bei der Charakterauswahl. Wir werden das jetzt hier mal als Dewey nehmen einfach mal, weil hier so, könnt ihr ja auch mal angucken. Hier oben steht immer so was, ein bisschen Charakter. Ja. Und hier unten stehen dann noch so Class Features. So. Also, Main Customized Character. Also, die Charakter, das sind hier schon so, wie man sie gewohnt ist. Von Family Guy. Okay. So, nach diesem kleinen... Also, ich nehme einfach mal hier los. Einfach so, oder... Skilled Fighter. Ah, nehmen wir mal Stewie. Gut. Customized Character. Männlich. Und dann nehmen wir... Mal diesen Kopf. Prozent Prozent das ist eher so ein Kinderspiel, finde ich. Aber ich finde das ganz witzig. Also die Kartiere sind ja echt sehr geil. Okay, so. Ähm. Ziehen wir ihm mal. So an, jo. Schuhe geben wir ihm. Ja, die lassen wir. So. Kackernahme. Ähm. Ja. Friday. Okay. So, Level 1 Stewie. Klass. Gut, dann kommen wir mal an. Also das dauert hier noch ein bisschen. Das wird wahrscheinlich daran liegen, weil es ja die Beta-Version ist, ne. Also deswegen wird es etwas dauern, denke ich mal. Aber an sich ist das Spiel schon sehr witzig aufgezogen, finde ich. So. Und hier wieder ein Kampf gegen das Chicken. Und hier wieder ein. Und hier hinten. So. Okay. So, da bin ich mal gespannt. So, da bin ich mal gespannt, weil das ist ja so. So. Das habe ich bisher noch nie gespielt. mit Malki Telebonus Rewards und kommt immer ein Bonus wenn man da ist und drei Wochen und bei der anderen Spielten bekommen mit dem Hund dort Klaas bin ich mit Blüter so sind kurz zu wissen Ok, wir haben also Batterien bekommen. So, go talk to Stewie, use WSC for our case to move, to walk forward, press W now. Left click on Stewie. Ok. Ach, schonmal alles ziemlich cool. Kann ich auch mit der Maus steuern? Ok. Look how gaily we run! Ok. Go and speak with Chris in his room upstairs in the house. He'll have something for you to do. Dann nehmen wir den Lang. He'll have something for you to do. Leave your door and lock small towns. We leave the nation in home invasion, murder, rape. Ok, also auf L. Ziehen wir hier die ganzen Quests. So. Schauen wir mal upstairs. Also da hoch. Alter, das ist geil. Das ist das, wovon ich immer geträumt hatte. Mal so... Family Guy in dem Haus wirklich zu sein. Magisch. So. Hallo. So. Oh mein Gott, du sprach mit mir. Ok. So, dann weiter. Hey, ich bin... Hehe. This'll get Chris. Hey, classmates. Griffin. Did you gain weight? Yeah, that's not important. But you know what is important? I'm gay now. Let's all of us go be gay somewhere together. And then you go tell all your friends that I welcome them to be gay with me too. Because I am gay. I'll be gay with you. Oh, this is too perfect. Chris is gonna be so gay by the end of this. Ok. Next slide. So. Also. Go get me some softly spilt a restrained log trap. Also sollen wir hier eine Falle bauen. Also er möchte eine Falle bauen. Und das müssen wir die Sachen sammeln. Get fear tree log across the street from the Griffin house. In Spooner street. Ok, ja. Also hier ist es wirklich von Vorteil, wenn man ein kompletter Family Guy Freak ist. Weil wir sehen können wir hier. I remember when I got my first quest. It was to gather some objects for a restrained log trap. I played this game yesterday. Ok, das haben wir. Get a 30 foot rope by the well in Spooners tree. So, ist das denn? Da hinten. Haben wir was? Ne, das ist nur der Stand von dem Pädophilen. Von Herbert. Ja, ich nenne Herbert auch. Oh! Ebu Perspektive. Das ist ja mal geil. Ähm, dann spielen wir einfach mal so. Ähm, ich nenne... Ach ne. Mach mal so. Hier, so. Ähm, ich nenne Herbert ja auch liebevoll. Ähm, hier so wie mein Kollegen. Na, Assassin. Wollt ihr in die Tür für ein Cupcake und ein Glas Wein kommen? Ha, ha, ha. Ok. So, den Hut haben wir. Oh, ich glaub ich weiß schon was das für ne Fall wird. So, und dann brauchen wir noch das Zeug hier. Huh. Also das ist echt geil, dass man so überall drüber laufen kann und so. Ne, ich find ich echt geil das Spiel. Help me! Go, talk to Chris. Hm? Hm. Ok, return to Chris Griffin. In his room at the Griffin House. Gut. Mach mal das. Alter, das ist geil. Wie diese Charaktere auch interagieren mit einem, wenn man nichts macht. Sieht das? Ist das geil. Also das Spiel an sich ist echt super. Ich hab bisher noch keine Bugs wirklich gesehen. Auch keine Fehler, die irgendwie von, ähm, Dings abweichen würden von den Serien. So. What's this? Put your head between these two restrained logs and win a free hat. Well, that's a no brainer. Come on, you fat . Do it. Who's laughing now? I got my hat. Ok. So. Thanks. You've helped arm a teenager to hurt others. Just like Walmart. Good. Hey. Well, listen. It was wrong of you to steal my customer away from me. And I want him back. Oh, yeah? Look, Griffin got his ass kicked. Haha, what a loser. I have that shirt at home. You, you pushed me. Boys, boys. We can settle this like reasonable and sexy teenagers. Whoever can swallow the most talented OPM wins. Ok. So. Kyle beat me up and he stole all my customers including my most valued Mr. Herbert. Go over there and beat him up for me. Also, we need to do that. Ok. 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 Ich find' das Spiel echt mega geil. Das muss ich gleich allen meinem Kollegen, Kumpel, Freunden sagen, die Family Geile genauso geil wie ich, weil das ist echt. Also wow. Jooh. So. Scheint's so, als würde es jetzt abhängen. abhängen einen Moment, wir haben umgekommen um Ok, also haben wir noch ein bisschen Zeit Use the Tutorial Health Pack Also wir haben jetzt hier das Tutorial Health Pack bekommen der wird nur liebenvoll ist So Das hier ist der Raum Und da ist Kai Beat the livings not out of Kai So, dann machen wir das Oh, kaputt kommt Hehehe Hehehe Good job Beating up that bread Return to Chris Griffin Bad wound Sooo Dann gehen wir mal wieder zu denen Hehehe 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 Armpit fart Okay The better the better Hehehe 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 Meine liege Fettsack Verpiss dich Weg So Was ist das? Energy Energy Okay Peter Griffin My friends call me Peter for short Okay, ich hab keine Ahnung was das jetzt genau war Aber ist mir auch egal Ich gehe jetzt nämlich wieder hoch zu Chris So Thanks So So Click on Mainmenu And choose character Then go to the skills tab Okay Ops Dann machen wir mal das eben So So Ah, hier So So Wieder hinfahren Mainmenu Charakter Skills So So Shin Kick Bazooka Blast Requires Level 2 Hammer Oder? Ne Ach doch, haben wir schon gelernt Okay, cool Dann gehen wir mal wieder Return to Game Und ich würde sagen, wir machen einen Schnitt Und sehen uns dann im nächsten Part wieder Bis dann Tschüss So 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 Eine